Willkommen zu einem Feiertag Kurzvideo. Heute am Abend beginnt eine Premiere für mich. Die Sendung Nicht mehr Typ. Ich wünsche euch noch einen schönen Nationalfeiertag. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß. Ja, ich grüße euch am Nationalfeiertag. Viele Dinge, die hier so im Leben passieren, sollten natürlich auch nicht passieren, finde ich. Und ich bin auch durchaus bewusst, dass ich Dinge mache, die ich gerne machen will. Aber lassen Sie mich noch nachher ganz kurz ein paar Sätze reden. Und die rede ich ja auch. Wir werden ja auch in dieser Hinsicht viel zu tun haben. Und wir werden auch in dieser Hinsicht auch das tun, was uns eigentlich gefällt. Und auch wenn es manchmal nicht so schön ist, die Rede ist von Allerheiligen, Allerseelen. Denn ihr kennt das ja. Das findet in sechs Tagen statt. Und während ihr alle auf dem Friedhof schmökert, werde ich unterwegs sein oder etwas anderes tun. Ich weiß es noch nicht. Aber man darf auf jeden Fall auch gespannt sein. Das war es auch wieder von mir. Ich verabschiede mich. Ja, später kommt die Folge, nicht mein Typ. Unter anderem ärgere ich mich auch sehr, dass Frauen mich wie Spielzeuge behandeln oder wie Playboy. Dinge da, wie auch immer. Aber ich sage trotzdem mal Ciao und Danke.